hey leute willkommen zur nächsten folge von rocket league natürlich wieder zusammen mit dem flo hallo ich habe wieder mal das auto was ich vor zehn jahren hatte also gefühlt das ist so mein mein auto das ich am anfang immer benutzt hat den ich mega feier den ganzen normalen dominus heißt er glaube ich den habe ich jetzt wieder und er finde ich ziemlich geil spielen gegen einen afk typen afk profi und gegen einen experten danke dass du mich wegkicks das spiel verlassen ja das war mit automatisch gekickt nach einer zeit ich weiß es dann bot drin was machst du ich weiß nicht ich kann gar nicht spielst du schlecht jedoch in letzter zeit ich meine ich bin auch nicht geil letzte folge könnt ihr euch angucken wenn ihr sie nicht gesehen habt war echt witzig aber da waren wir auch so richtig komisch drauf richtig kacke gespielt nein kacke nicht ziemlich aber halt nicht gut ich weiß nicht was du machst du fährst die ganze zeit an der wand herum nein nein weil ich den ball erwischen will ja wie aber das macht keinen sinn darf doch den ball wegkicken das mache ich immer aber das klappt irgendwie gerade nicht selbst casper ist besser als ich der bot jetzt gibt er mich auch noch weg alter ich war Junge alter komm jetzt er hatte keinen Schwung ich weiß nicht was los ist echt ich glaube es soll man einfach nicht aufnehmen es liegt nicht an heute und ich habe morgen keine zeit dann kommen wieder keine videos aber ich verstehe es nicht was ist das weiß ich sagen das ist ein fucking experte und ein bot trau dich aber alter wie wir das outgeplayt haben komm jetzt raffen jetzt jetzt aber Leute ich bin übrigens immer noch ein bisschen krank denn wir nehmen das gerade ein bisschen vorher auf also ein bisschen vorproduziert denn ich bin am wochenende bei meinem vater deswegen können wir da nicht aufnehmen aber zum momentanen zeitpunkt wenn ihr das video seht bin ich wahrscheinlich schon wieder gesund nur jetzt bin ich noch ein bisschen krank also nicht wundern so jetzt hat ich habe mich verdrückt aber es war nicht schlecht lassen oh Junge wenn das geht das war so gut hast du gesehen wie ich ihn outplayed habe ich habe schon gesehen ich habe jetzt bloß struggle gehabt aber es hat noch funktioniert guck mal hier ich bin noch hinterher geflogen damit habe ich die verwirrt guck mal das ist Teamplay gerade an irgendwie ach man das sind auch hässliche Tore gewesen bisher eigentlich Vorlage komm komm Vorlage komm es hat gelegt es ist kein Witz weil der eine geliebt ist ja weil er verlassen ja 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 und jetzt kommt so ein Tor oh so ein hässliches ja so 10 Sekunden Piepston gerade Leute das war halt echt auch ein hässliches Tor weil das Tor ist leer er muss nur hinfahren ein bisschen traurig aber es ist so und er geht auch alles klar was ist das für ein Spiel egal da sind ja die die hässlichen Tore eins nach dem anderen da ja da war wieder voll viel Glück dabei nein ich habe ihn outplayed das ist mein besonderer Anschlag Anschlag auf Anschlag gegen die Leute Lachen Lose Lohr ist was ja weißt du ich will den outplayen und du fährst gegen mich und also das war aus dem ganzen Plan durcheinander Vorlage komm ach schade ich bin schon in den in den Angriffsmodus gewechselt ja ja dann bleibt doch im Angriffsmodus okay warte Angriffsmodus ist noch nicht aktiv erst wenn die richtige Vorlage kommt dann dann spüre ich es und dann oh dann geht es richtig ab Fallgez er macht doch irgendwas steht er wieder jetzt ist wieder seinem Bruder da Junge da ich raste gleich komplett aus Vorlage komm jetzt ja wir müssen auch nur mal safe gehen und außerdem guck mal ich bin jetzt genau gleich viele Punkte wie du habe ich jetzt müssen es fair machen ja ist so nur mal sicher war die Hauptsache jetzt gerade oh nein ey so ein Mann aber der hat eine geile Toranimation wenn er wenn es Tor ist nein doch ich finde es toll geil ne weiß er das ist doof alles klar ja alles klar als ob da nicht ging boah war das schlecht Alter was war das wieder für ein Tor er schreibt auch wow das war halt echt nicht geil ich hatte aber kein Nitro ich konnte nicht hochfliegen also ich hatte wenig Nitro hey den hast ja du gemacht natürlich ich dachte das hat er gen gemacht deswegen ja dann passt es ja der ist nicht schlecht das ist genau dasselbe ist mir gerade auch passiert ich bin wollte auf den ball fahren und hat ihn kurz vorher weggekickt und hat ihn dann nochmal reingemacht du standst gerade auch ein bisschen da und dachtest dir ja den hole ich mir jetzt und dann kick den kurz vorher nochmal weg ich habe nicht gesehen dass er kommt wenn ich den Nitro aber er hat nie zu dieser Parlapporten das war schlecht aber mehr so anders geht es nicht das mit dem hatte ich die Vorlage und du machst die jährige auch endlich mal das war nur dappel gedacht ob ich noch will werden soll aber er kamen da schon echt gut und du bist bisschen hingefleid was worden bar vor allem wie noch nie zwei Wochen die Kissen der Aufpassung der ist gut das sind gut was das ist das ich bin noch ein bisschen an deine Karosserie auf jeden Fall nächste Runde Semiprofi und Veteran schade dass der wieder nicht geht bei dir geht immer bei dir geht immer so knapp Warte lass 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 ja jetzt klaut er es wieder das machst du du hättest ihn lassen müssen ich ja so perfekt die jahre soll lieber zweitmal hätte ich ihn machen können zweitmal wo du ihn getroffen hast hätte ich ihn perfekt gemacht das war grad richtig broke ohne scheiße wenn du ihn auch nochmal siehst beim zweiten mal hätte ich ihn so perfekt machen können weil da dachte ich dass du ihn immer noch machst weil du nichts mehr gesagt hast war auch nicht so geil aber diesmal war schon ein schicker das war als vorhin ich bin ein bisschen zu hoch geflogen das war ein bisschen traurig aber hat noch geklappt alles gut schreibt er dich an und mich weil er denkt dass ich Mike bin ja cool alter war das geil das war echt sexy Vorlage ich hab kein Nied rum mehr ja passt so alter Junge Boah das war richtig holy knapp war das aber war schick trotzdem auch wenn es knapp war ich bleibe mir schlecht ich treffe ihn so schlecht in meiner jetzt kam ich nicht von oben sondern von unten vorhin war ich zu weit oben jetzt war ich zu weit unten richtig komisch einfach ich kann es nicht mehr einschätzen ich bin aus dem Modus raus ich muss öfter Rocket League spielen in letzter Zeit spiel ich so selten 24 Stunden stream er hat dann auch Auer das ist das machen können neben der hat wenn du machst ist gut als ausseiten ein Mäder wo mich dafür keine Vorlage bekommen ist traurig er war da schon an der Wand war also dreimal wir wollen sie nicht umgekehrt Lass. Boah, klappen wir das nicht, oh Mann. Äh, ich dachte, der trifft ihn. Herr Trottel. Hä, sind die dumm. Danke. Thanks for that. Wow. Also der ist überhaupt nicht verwirrter Typ. Halt! Halt! Richtig hart weggetreten einfach. Er war auf einmal weg, Junge. Da macht der nix. Und er haut mich in die Luft, Alter. Ich fasse es nicht. Er haut mich in die Luft. Alter, das war richtig geil. Weil ich bin beim Fliegen, also beim Hochspringen. Genau. Beim Hochspringen bin ich falsch gestartet. Dann musste ich mich noch drehen, aber es hat funktionieren. Ja. Das war richtig geil. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, hat man auch gesehen. Erklär das mal deinen Zuschauern. Ja, die verstehen es besser als du, ne? Ohhohoho. Hallo. Wie dumm sind die denn? Alter, war das die Vorlage. Und diese, die machen irgendwie gar nichts. Guck mal, ich hab ihn hier nochmal gestoppt, weil ich wusste, dass du kommst. Ja, das ist die. Und jetzt sind sie beide raus. Gut, ich würde sagen, wenn euch der Park gefallen hat, dann lasst eine Wertung da Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte irgendwas, was witziges, was, was auch immer was sehen Dann schaut auf jeden Fall beim letzten Part noch vorbei Heute waren wir jetzt ein bisschen ruhiger, wie gesagt, ich bin auch noch ein bisschen krank, bla 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 Aber schaut da auf jeden Fall noch vorbei Und ja, bis dahin, haut rein und ciao, ciao Outro